Leute, wenn ihr mich mega supporten möchtet, tragt gerne den Creator Code Lord Center Swiss YouTube im Item Shop ein. Und ja, wenn ihr mich dort fleißig supportet, dann werden irgendwann auch noch Custom Games Turniere kommen. Also danke an jeden. Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es wieder mal ein Daily Shop Video. Und ich bin schon mega gespannt, was im Item Shop ist. Schauen wir gleich mal. LOL! Der McWaffle Skin ist back. Das ist der Lieblingsskin von Oma. LOL, Digga. Ich wollte ihm den schenken, aber Digga, ich habe zu wenig Weebucks. Der Skin ist schon mal mega heftig, aber wir kommen gleich zu dem. Okay, fangen wir gleich mal an. Hier ein Shot Color. Ich glaube, der war noch nie im Item Shop. Sieht auf jeden Fall ziemlich fresh aus. Dann haben wir hier noch ein Backpack. Viel Zweckpack. Feiere ich jetzt auch ziemlich hart. Das ganze Set sieht ziemlich geil aus. Für 1200 Weebucks kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann haben wir hier eine Pickaxe. Ich glaube, die ist neu. Sound geht, klar, aber ist jetzt nicht mein Favorit. Pickaxe selber sieht auch ziemlich geil aus. Dann haben wir hier... Cedeline war schon ein paar Mal im Shop. Sieht... Also feiere ich jetzt nicht so hart. Hier noch den Backpack. Und noch eine Herausforderung. Und hier gibt es noch so zwei Styles. So, dann kommen wir zum Mac Waffle. Der sieht auf jeden Fall mega heftig aus. Also wirklich, das ist so ein geiler Skin. Das ist mein zweitlieblings Skin. Natürlich die Banane ist mit Abstand mein... Der geilste Skin finde ich. Und halt auch mein Main Skin. Habe den schon seit... Einer Ewigkeit nicht mehr gewechselt. Mac Waffle ist mein zweitlieblings Skin. Sieht auf jeden Fall mega heftig aus. Und ich würde den so gerne Oma schenken. Aber ich habe zu wenig Weebucks. Und Pömpelhacke. Feiere ich mega. Auch der Sound... Mega geil, der. Hätte ich sehr gerne, aber war zu wenig Weebucks halt. Feiere ich aber mega. Dann der Depp is back. Ist auf jeden Fall ein geiler Emote. Würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Gut gekonnt. Keine Ahnung, ist jetzt nicht mein Favorit. Aber es ist auch nicht so... Also ist jetzt auch kein Rassemote von mir. Dschungelsperrin... Feiere ich mega. Ist ein Paulberger. Ziemlich geil auf jeden Fall. Und hier noch Brutzelmeister. Den habe ich. X-Dark wirklich nochmal. Danke vielmals, dass du mir den geschenkt hast. Ist auf jeden Fall mega geil. Feiere ich wie Wüste. Ja, schau mal. Ja, schau mal. Und eine Spitzsacke habe ich noch vergessen. Schädelines Spalter. Ist so mit dem Totenkopf gut angepasst. Halt hier auch noch mal den Totenkopf. Ist auf jeden Fall ein gutes Set. Kann man sich gut gönnen. Also ist halt eine gute Idee mit dem Totenkopf. Ja, noch. Und ja, das war es eigentlich schon, Leute. Wenn ihr euch was gönnt, vergesst nicht, Lord sein, das ist YouTube in Creator Code. Also im Item Shop einzutragen. Und ja, Leute. Wenn ihr nicht wisst, wie es geschrieben wird. Schaut in die Beschreibung. Scrollt ein bisschen runter. Oder schaut auch in die Beschreibung. Dort steht es dann ganz oben noch. Und ja, Leute. Dann würde ich sagen. Was ist mit dem Video? Drop gerne ein Like und ein Abo. Crater Code. Schreibt mal Crater Code ist da in die Kommentare. Wenn ihr den eingetragen habt, würde ich sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Video, Leute. Und ciao.